Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin jetzt hier aufgerufen als Praktiker zu sprechen. Ich tue das sehr gerne. Die Palliativmedizin wird ja quasi als Antidot angeboten, kann man sagen, wenn es darum geht, etwas dem Wunsch nach einem Suizid entgegenzusetzen. Und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat tatsächlich einige Umfragen in letzter Zeit durchgeführt und ist auch dieser Frage nachgegangen und hat insofern auch herausbekommen, dass etwa zwei Drittel aller Befragten der Meinung ist, also der Mitglieder der DGP, dass tatsächlich ein Ausbau der Hospizbewegung und der Palliativmedizin zu einem Nachlassen der Nachfrage nach einem Suizid führen würde. Ich möchte Ihnen ein paar Dinge vorstellen aus meinem Gebiet der Palliativmedizin und mit dieser Dame hier beginnen. Sie sehen sie bei sich zu Hause in einem Krankenbett, das man dort hingestellt hat. Es geht also, wenn man die Menschen an ihrem Lebensende danach befragt, was ihnen am wichtigsten ist, am häufigsten darum, wenn es möglich ist, in den eigenen vier Wänden zu sein. Und so hat die Palliativbewegung mit der Hospizbewegung gemeinsam vor, sagen wir mal, acht Jahren begonnen, auch Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen bei sich zu Hause sein können. Das geht also mit der Hilfsmittelversorgung los. Es geht damit weiter, dass der Hausarzt, der ja in den meisten Fällen auch eine Bindung zu den Patienten hat, weiterhin im Boot bleibt. Aber darüber hinaus sollen eben Palliativmediziner eingeschaltet werden, um zu Hause den Hausarzt dabei zu unterstützen, optimale Beschwerdelinderung gewährleisten zu können. Und Sie sehen hier an dieser Dame, die offensichtlich an Luftnot leidet, etwas älterer ist und auch schon etwas abgemagert, wie man vielleicht sehen kann, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt. Man sieht hier, sie hat eine Atemmaske, sie bekommt vermutlich Sauerstoff dadurch. Und ich kann Ihnen sagen, Luftnot ist eines der belastendsten Symptome. Man spricht immer von Schmerzen. Natürlich haben viele Menschen Schmerzen, aber viele Menschen haben auch Luftnot. Luftnot lässt sich gut beherrschen, wie Schmerzen auch, unter anderem durch die Gabe von Morphin. Das ist in der Palliativmedizin, wie soll ich sagen, Basiswissen. Und jetzt zu den Umfragen. Jeder zweite Chefarzt einer deutschen neurologischen Abteilung ist der Meinung, wenn man einem Patienten mit Luftnot Morphin gibt, ist das aktive Sterbehilfe. Jeder zweite Intensivmediziner ist der Meinung, dass wenn ein beatmeter Patient an seinem Lebensende von der Beatmungsmaschine weggenommen wird, dass das aktive Sterbehilfe ist. Und ich bin mittlerweile zu der Auffassung gelangt, dass man Umfragen gar nicht mehr trauen kann, weil die meisten, die sich dazu äußern, ahnungslos sind und nicht wissen, wovon sie sprechen und doch eine Meinung haben und sich aus dem Fenster herauslehnen und sich auch noch positionieren. Mal ein anderes Beispiel. Ultima Ratio bei Patienten, die unbeherrschbare Symptome haben. Das gibt es ganz selten. Stärkste Schmerzen, stärkste Luftnot und man kommt gar nicht so schnell mit den Medikamenten hinterher. Ultima Ratio ist die sogenannte palliative Sedierung. Also die Zuführung eines Medikamentes, um Menschen vorübergehend für einen längeren Zeitraum, das überlegt man sich vorher natürlich, ganz selten terminal zu sedieren, also ihren Bewusstseinszustand so herunterzufahren, dass sie jederzeit erweckbar sind, aber eben im bewussten Zustand ihre Symptome nicht mehr wahrnehmen. Das ist europäischer Standard und insofern gelegentlich auch eine Praxis, von der wir auf unserer Station Gebrauch machen. Was sagen die Patienten, die Bürger, wenn man sie in guten Tagen sozusagen als Passant von der Straße nimmt und befragt? Sie sagen, sie möchten an ihrem Lebensende möglichst selbstbestimmt und im Vollbesitz ihrer Kräfte, ihrer geistigen Kräfte auch sein und gerne wissen, was mit ihnen geschieht. Ich glaube, das kann jeder ganz gut nachvollziehen. Fragt man ein bisschen unterschiedlich und konstruiert eine Situation von Beschwerden am Lebensende, die man durch eine Sedierung herbeiführen könnte, um sozusagen diesen bewussten Zustand, diesen Patienten wegzunehmen, dann sagen 95 Prozent, doch, das würde ich dann auch wollen. Das heißt, einerseits will man selbstbestimmt und klaren Verstandes sein, andererseits aber auch wieder nicht. Also was denn jetzt? Soweit zu Umfragen, wir kommen da aber natürlich nachher nochmal drauf zurück. Welche Werkzeuge haben wir, wenn wir palliativmedizinisch tätig sind? Vier Stück könnte man sagen. Das Erste und das Wichtigste ist aus meiner Sicht der Zugang zu den Menschen. Das erfordert Kommunikationskompetenz. Menschen sind unterschiedlich, kommen aus unterschiedlichen Schichten, unterschiedlicher Kultur, unterschiedlicher religiöser Bindung. Und das will man erfassen und zu nutzen wissen. Symptome sind subjektiv wahrgenommene Missempfindungen. Das heißt, das spüren Menschen. Und es gibt Menschen, die können viel aushalten. Wir haben es jetzt mit einer Nachkriegsgeneration zu tun. Durchschnittsalter bei uns auf der Station, wie auf allen anderen deutschen Stationen, etwa 70 Jahre. 70-Jährige sind geboren, 1945. Es sind Menschen, die in einer Zeit groß geworden sind. Da musste man die Zähne zusammenbeißen. Da gab es die Prügelstrafe zu Hause in der Schule bis in die 60er Jahre. Die Menschen können was aushalten und die halten auch eine Menge aus. Und wenn dann so jemand um Schmerzen zum Ausdruck bringt und um Schmerzmittel bittet, dann hat man sie ihm natürlich zu geben. Und noch nicht einmal dann nehmen Patienten Schmerzmittel ein. Sie halten sie aus und sie wollen dann die Schmerzmittel sozusagen in der Schublade als Reserve haben. Sie befürchten, sie würden sich den Magen verderben oder man würde abhängig werden davon. Das muss man versuchen rauszukriegen. Die Compliance bei der Einnahme von Medikamenten liegt bei 50 Prozent. Auch weit am Lebensende hin. Nicht jeder nimmt die Tabletten, die er verordnet bekommen hat. Also, Kommunikationskompetenz, erstes Werkzeug. Optimale Fähigkeit, Symptome zu kontrollieren, zweite Aufgabe, zweites Handwerkzeug. Mal ein kurzer Exkurs. Die indirekte Sterbehilfe gibt es nicht mehr. Sie steht in mindestens einem Gesetzesentwurf drin. Was versteht man darunter? Die Gabe eines Schmerzmittels in der Absicht, Schmerzen zu lindern. Aber unbeabsichtigterweise tritt der Tod ein durch die möglicherweise dann zu hohe Gabe eines Schmerzmittels. Ich sage dazu, es gibt so etwas eigentlich nicht. Kein Mensch mit Schmerzen muss befürchten, durch die Gabe von Schmerzmitteln zu Tode zu kommen. Geschieht es doch, hat der Arzt die Dosis des Medikamentes zu hoch eingesetzt. Das ist ein Kunstfehler, wie wenn man ein Herzmittel zu hoch dosiert. Jedes Medikament zu hoch dosiert, ist ein Kunstfehler. Es gibt keine zu hoch dosierte Gabe eines Schmerzmittels. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich sage es bei jeder Gelegenheit. Weitere Kompetenzbereiche, Werkzeuge der Palliativmedizin, die psychosoziale und spirituelle Begleitung. Wir haben heute viel zur Würde gehört. Was verbinden Menschen mit dem Begriff in der Praxis? Und was finden die wissenschaftlich forschenden, tätigen Palliativmediziner dazu? Was ist wichtig? Einmal die sogenannte Lebensqualität am Lebensende. Das bedeutet, möglichst wenig Beschwerden zu haben, möglichst noch die Kräfte mobilisieren zu können, die zur Verfügung stehen. Und da geben wir uns wirklich Mühe. Man muss sich auch vielleicht von der Vorstellung verabschieden. Palliativmedizin hat mit Menschen zu tun in den letzten Tagen oder Wochen ihres Lebens. Das ist heute nicht mehr so. Palliativmedizin umfasst Menschen, die oft noch Monate, manchmal ein Jahr zu leben haben. Und da will man natürlich bestimmte Dinge einsetzen. Physiotherapeuten wollen die Knochen, die Muskulatur, das Herz-Kreislauf-System fördern und unterstützen. Gleichzeitig die Symptome sollen gelindert sein. Und wenn der Zustand des Patienten sich dann verschlechtert, dann sind andere Bereiche von Nöten und gefragt. Die Qualität des Sterbeprozesses ist das Zweite, was herausgefunden wurde. Also einmal die Lebensqualität. Sterbeprozess. Das bedeutet für die meisten, dass der Sterbeprozess nicht zu lange hinausgezögert wird. Und das gehört, wenn man so will, auch zur Kunstfertigkeit eines Palliativmediziners abschätzen zu können. Wann ist das, was in der Medizin möglich ist, unter Umständen auch nicht zu geben. Vielleicht nicht mehr Blutkonserven, wenn in der Vergangenheit häufig schon Blutkonserven gegeben worden sind. Nicht mehr Antibiotika, wenn nur noch wenige Tage zu leben sind. Kann man sowas vorhersehen? Gibt es Hinweise darauf, wie lange Menschen noch zu leben haben? Jawohl, Prognostizitätsparameter gibt es. Wie ernährt sich der Patient? Wie mobil ist er? Wie sind die Laborwerte? Welche zugrunde liegende Krankheit ist es? Und schon kann ich mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit beispielsweise sagen, ob jemand noch 30 Tage oder länger zu leben hat. Und das mache ich mir natürlich zunutze, wenn es darum geht, Operationen eventuell noch mit ins Kalkül zu nehmen oder andere Maßnahmen eventuell auch sein zu lassen. Also nicht die Indikation für bestimmte Dinge zu stellen. Das Dritte, was mit der Würde zu tun hat, ist die Versorgungsqualität am Lebensende. Also die Einbeziehung von Hausärzten, von Palliativmedizinern, von Palliative Care Nurses am Lebensende, die dann auch nach Hause kommen. Das ist wichtig. So, jetzt meine Zahlen. Ich hätte Ihnen jetzt ein paar Zahlen hier so an die Wand werfen können. Ich habe es mal mit diesen zwei Wörtern belassen. Also, ach, das klang ja heute auch schon an, 880.000 Menschen versterben pro Jahr bei uns in Deutschland. Die wenigsten fallen plötzlich und unerwartet tot um. Mindestens 500.000 versterben an den Folgen eines chronischen, sich weiter fortschreitenden Leidens. Und das sind eben zum Teil Krebsleiden. Zum Teil ist es ein Lungenleiden, die sogenannte COPD, die versagende Lungenfunktion, wenn man so will. Versagendes Herz, versagende Nieren, versagende Geistesleistung. Das ist das, was auf dem Papier steht. 500.000. Wie viel bekommen, wenn man das mal ganz großzügig betrachtet, heutzutage palliativmedizinische Zuwendung? Jeder Zehnte von den 500.000. 50.000 im Jahr. Das heißt, wir haben es hier mit einem Problem zu tun. Und eingangs sagte ich ja, der Suizidwunsch wird abnehmen. Das ist Fachmeinung, wenn weiterhin die Palliativmedizin und Hospizbewegung ausgebaut werden wird. Jeder Zehnte bekommt heutzutage eine vernünftige, ambulante oder auch stationäre palliativmedizinische Versorgung. Und sicherlich muss sich das Fach auch noch weiterentwickeln. Wir haben es jetzt mit Flüchtlingen zu tun. Wir haben ohnehin schon viele Menschen mit einem Migrationshintergrund und ihren eigenen religiösen Vorstellungen. Und wir wissen doch, dass zum Beispiel Muslime, Juden und auch natürlich die strenger gläubigen Christen einen Suizid und erst recht die Beihilfe zum Suizid ablehnen. Das muss man mal auch noch so dazu sagen. So, das Fach muss sich also weiterentwickeln, anpassen an die demografische Entwicklung, an die Bevölkerungsqualität, sage ich mal. Es muss aber vor allen Dingen in die Köpfe rein. Das ist hier mein Team oder zumindest ein Teil meines Teams. Ich leite eine Palliativstation seit 18 Jahren in einem kleinen Ort bei Paderborn. Wir haben etwa 300 Patienten, die wir im Jahr versorgen. Etliche kommen mehrere Male zu uns. Im Durchschnitt sind die Patienten zwölf Tage dort. Und dann gehen sie wieder nach Hause zumeist und dann kommen sie wieder. Wir lernen sie kennen. Wir lernen die Angehörigen kennen. Und wir versuchen dann, alles zu machen, was gefordert ist, bis hin dazu, dass wir die häusliche Versorgung durch ein sogenanntes SAPV-System, also eine ambulante palliativ-medizinische Versorgung, sicherstellen. Das ist Luxus. Das ist die Spitze des Eisbergs. Wenn ich sage, nur jeder Zehnte bekommt eine Palliativ-Medizin, dann ist das von dem Zehntel sozusagen die beste Gruppe. Jetzt stelle ich Ihnen auch einen Patienten vor. Die Patienten, die eben schon vorgestellt worden sind, die waren ja nun mal sehr eindrücklich. Ich habe mir mal dieses Bild jetzt genommen, aber es ist leider nicht, aus bestimmten Gründen natürlich, nicht der Patient, über den ich jetzt sprechen möchte. Nur ganz kurz. Ein etwa 70-jähriger Patient wird mit einem Tumor diagnostiziert im Halsbereich. Er geht in das Krankenhaus. Man empfiehlt ihm, es ist nicht mehr zu operieren, eine Bestrahlung in Kombination mit einer Chemotherapie. Zwei Tage später findet die Frau ihren Mann in einer Blutlache in der Badewanne. Der Mann hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Die Frau ruft den Notarzt. Der Notarzt nimmt den Patienten mit auf die Intensivstation. Dort wird sein Zustand stabilisiert. Und dann haben die Kollegen der Intensivstation gesagt, okay, jetzt gehst du mal auf die Palliativstation. So kam der Patient an. Ihm ging es relativ gut. Wir lernten ihn kennen. Sprachen mit ihm. Vorsichtig. Nicht mit der Tür ins Haus gefallen. Was hat sie dazu veranlasst, das so und so zu machen? Wie geht es Ihnen? Wie war es auf der Intensivstation? Was können wir für Sie tun? Wer gehört zu Ihnen? Was ist geschehen? Nun ja, der Patient hatte Erfahrung in seiner Familie. Da gab es auch Tumorleiden. Jetzt hatte er eins. Ich meine, es war seine Mutter, die in den 70er Jahren so die erste Generation Chemotherapie bekommen hat. Hat sie furchtbar schlecht vertragen. Dieser Mann stand unter dem Eindruck, so etwas müsse er jetzt auch durchleben. Er war völlig uninformiert. Deswegen und aus anderen Gründen, es würde zu weit führen, schnitt er sich die Pulsadern auf. Wir lernten den Mann kennen. Stabilisierten ihn. Der Patient wurde behandelt, wurde bestrahlt, wurde einer entsprechenden Chemotherapie unterzogen. Er ist nach dem, was wir heute wissen, tumorfrei. Es geht ihm gut. Was will ich damit sagen? Man hätte sehr schnell anders handeln können. Man hat, als ich diesen Fall das erste Mal in einer anderen Runde vorgestellt habe, zunächst mal die Frage gestellt, warum hat man denn den Fehler gemacht und den Mann auf die Intensivstation gebracht und den überhaupt stabilisiert? Das ist doch eigentlich auch nicht gut gewesen, knüpft an, Herr Gahl, an das, was wir vorhin besprochen haben, sozusagen die antizipatorische Klärung der Frage, wann reanimiere ich eigentlich? Nun ja, ich neige dazu, zur Gelassenheit aufzurufen, wenn es um das Lebensende geht. Es hat etwas mit der Ars Moriendi zu tun, also mit der Kunst zu sterben. Nun haben wir nicht mehr die Zeiten, in denen Kinder aufwachsen mit dem selbstverständlichen Gefühl, das Leben geht zu Ende, drei Generationenhaushalte gibt es nicht mehr. Ja, das ist nun mal leider so und da müssen wir uns darauf einstellen. So, das ist, wenn man so will, der erste von drei Teilen, vielleicht der etwas ausführlichere, um ganz kurz nur die zwei, drei Schlüsselbotschaften zur Palliativmedizin loszuwerden. Man muss die Leute kennenlernen, man muss sehen, dass man irgendwie versucht, ihnen gerecht zu werden, so unterschiedlich, wie sie sind. Und es gelingt immer und Ultima Ratio ist die palliative Sedierung. Herr Borrasio hat vor zwei Wochen in der Zeit unter der Überschrift, ich weiß es nicht mehr, einen Aufschrei oder Meinung der Ahnungslosen, mit diesem Fall aus der Schweiz, das wusste ich gar nicht, begonnen, ein Patient, der wegen eines Tumorleidens vermutlich Schmerzen hatte. Schmerzen wurden eingestellt, Patient ging nach Hause, hat sich suizidiert. Nun ja, und er sagt, und das ist sozusagen der Todesstoß in der rationalen Argumentation, der Todesstoß für die Palliativmedizin, er sagt, Palliativmedizin kann so gut sein, wie sie will. Es wird immer welche geben, die ihr Lebensende nicht erleben wollen und es sind eben unterschiedliche Gründe. Okay, da kann man natürlich nicht viel sagen. Es ist so, und auch das klang ja heute schon an, es ist nicht immer das körperliche Leid. Und es gibt manchmal, ganz selten wahrscheinlich, ganz selbstbestimmte Menschen, die sagen, so ich habe jetzt mein Leben gelebt und so soll es jetzt nicht mehr weitergehen. Aber ich wäre glaube ich nicht, ich würde mir selber nicht in die Augen sehen können, wenn ich nicht auch, wie Herr Borrasio im gleichen Artikel ganz am Ende, darauf hinweisen würde, dass wir tatsächlich diese Diskussion, die wir jetzt hier führen, eigentlich zu einem anderen Zeitpunkt mit einem anderen Thema auch führen sollten. Und der Deutsche Bundestag erst recht, weil wir haben ein viel, viel größeres Problem in unserem Medizinbetrieb, auch das klang eben schon für die Schweiz an, wir haben es mit einer Übertherapie am Lebensende zu tun. Wir geben in Deutschland 300 Milliarden Euro aus für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. 300 Milliarden Euro und 200 davon, zwei Drittel, für die Behandlung und Untersuchung von Menschen in den letzten vier Lebensjahren. Und es gibt kluge Köpfe, die haben das alles mal hochgerechnet und gesagt, na also die Hälfte davon, also 100 Milliarden, die braucht man schon auch, denn es gibt ja viel zu tun. Aber 100 Milliarden könnte man in unserem System einsparen und sie für andere Bereiche nutzen. Ich sage Ihnen, ich bin Onkologe. Ich habe täglich mit Patienten zu tun. Die werden in Hochleistungsmaschinerien wie hier im Uniklinikum Aachen behandelt mit Medikamenten. Die kosten ein Heidengeld, Größenordnung mittlerweile 12, 13, 15.000 Euro im Monat, um eine Überlebensverbesserung von wenigen Wochen bis maximal drei Monaten zu erreichen. Solange in Deutschland Krankenkassen miteinander im Wettbewerb stehen müssen, solange Krankenhäuser miteinander im Wettbewerb stehen sollen und solange Arztpraxen und Ärzte miteinander konkurrieren und Wettbewerb wie in der Wirtschaft geduldet oder auch gefordert wird, wird sich an dieser Situation nichts ändern. Wir brauchen das Geld für andere Dinge. Das ist unser Problem. Herr Hein, jeder zweite Erwachsene in unserer Gesellschaft, in den Großstädten, lebt alleine und hat niemanden, mit dem er seine eigenen vier Wände teilt. Jeder zweite. Und was passiert dann, wenn diese Menschen älter werden und krank werden? Sie kommen ins Heim. Das sind etwa 800.000 Menschen gegenwärtig, die in einem Heim leben. Jeder fünfte verstirbt innerhalb von zwei Wochen. Und die Hälfte dieser Menschen verstirbt innerhalb von sechs Monaten. Wenn Palliativmedizin umgesetzt werden muss in den Köpfen, dann durch die, die dort tätig sind, nämlich durch die Pflegekräfte, durch die Hausärzte, die dafür keine wirklich gute Vergütung bekommen und natürlich durch die Palliativmediziner, die man möglichst haben sollte. Wie ist die Realität? Das ist unsere Realität. Und das kann man gar nicht oft genug sagen. Warum sind die Pflegekräfte der Charité hier ein paar Häuser weiter auf die Straße gegangen? Nicht für eine bessere Vergütung. Die wollten nachts nicht mehr alleine sein mit 30 Patienten. Und das ist Europas größtes Uniklinikum. Es geht um die personelle Ausstattung. Wir müssen den Pflegeberuf aufwerten. Wir brauchen doppelt so viele Pflegekräfte, wie wir heute haben. Wo sind die politischen Initiativen? Die Abgeordneten zerbrechen sich den Kopf darüber, ob Ärzte beim Suizid helfen sollen. Sie sollten sich Gedanken darüber machen, wie man den Pflegeberuf attraktiv macht, damit die Menschen, die palliativmedizinisch versorgt werden müssen, müssen im Heim versorgt werden und natürlich auch zu Hause in den Krankenhäusern mehr noch als im Moment. Das ist wichtig, denn was passiert mit alten, einsamen Menschen, die Kosten verschlingen, die die Heimunterbringung kostet? Sie geraten unter Rechtfertigungsdruck, das haben wir ja heute schon gesagt, unter Rechtfertigungsdruck weiterleben zu wollen. Denn, wenn die Angehörigen dann auf einmal sagen, Mensch Opa, ist das denn noch so, weißt du eigentlich, was das kostet? Diese Dame hier ist dement, die kann gar nichts mehr sagen. Auch die müssen wir schützen. Denn in anderen Ländern, das wissen wir ja nun, werden Demente bereits auf Geheiß von Angehörigen oder offensichtlich auf Geheiß von Ärzten. Denn die tun es ja dann offensichtlich mit einem vermutlich reinen Gewissen. Töten sie. Ärzte töten demente Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Und in anderen Ländern sogar Minderjährige. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich sage dazu, das darf nicht sein und das ist ein Türöffner. 10.000 Suizide gibt es bei uns in Deutschland, von denen wir wissen, sagen wir mal. Wie viel von Ihnen sind schwer krank? Wissen wir nicht genau. Gibt es ein paar Schätzungen? Ein Teil davon zumindest. Ein Teil davon. Sollen Sie sich suizidieren? Da werden wir reden können, was wir wollen. Wir sind in einer Zeit jetzt, in der Selbstbestimmung so sehr hoch aufgehängt wird. Da können wir nicht viel machen. Man könnte höchstens nur eben Gegenargumente liefern und durch bessere Ausstattung im Pflegeheim dafür sorgen, dass die Heimunterbringung auch wirklich okay und in Ordnung ist. Aber am Ende werden wir da einen schweren Stand haben, sagen wir es mal so. Aber wie viel können es dann nicht selber, sondern brauchen Angehörige, ist die nächste Frage. Also viel weniger. Und wie viel brauchen dann einen Arzt, weil es keine Angehörigen gibt? Noch viel weniger. Und dann sehen wir, wir sind wahrscheinlich bei 100, 150. Das ist das, worüber wir uns jetzt hier heute den Tag über unterhalten. Nun ja. Und wenn dann die Leute gefragt werden, was möchtest du eigentlich und wie findest du das eigentlich? Und noch nicht mal wissen, dass im Moment die Beihilfe zum Suizid straflos ist, sondern die Auffassung vertreten, das sei unter Strafe gestellt, dann fällt mir dazu nichts mehr ein. Und da kann ich nur sagen, da kann man eigentlich nicht den Leuten ein Forum bieten, sich auch noch zu äußern, wenn sie eigentlich gar nicht viel wissen. Insofern hat Herr Borrasio da den Punkt getroffen, nicht? Es sind Ahnungslose, die sich hier zu Worte melden. Das ist das, was ich mir wünsche. Gelassenheit. Menschen an seiner Seite. Das Leben geht zu Ende. Es ist verdammt bitter und sehr, sehr traurig, wenn es viel zu früh zu Ende geht. Wenn man mit 50 Jahren als Familienvater die Diagnose eines Bauchspeicheldrüsenkrebses gestellt bekommt mit zwei kleinen Kindern und einer Frau. Das ist extrem bitter und das muss man aushalten. Und das ist ja auch eine Fähigkeit. Man kann sich schnell aus der Verantwortung ziehen, indem man einen Giftcocktail bei einer leicht dahergesagten und vielleicht dann auch noch mal bestätigten Äußerung, ich möchte gerne aus dem Leben gehen in dieser Situation, wenn man dann diesen Giftcocktail applizieren kann. Aber es auszuhalten mit der Familie, mit den Kindern, das ist unsere Aufgabe. Das ist das, wofür wir die Kompetenz unserer Ärzte weiter, sage ich mal, ausbauen wollen und müssen. Aber doch nicht etwa, um noch besser töten zu können. Ich frage mich immer, wer erdreistet sich denn eigentlich zu sagen, Ärzte seien kompetent beim Töten? Warum sollten die kompetenter sein als zum Beispiel Tierärzte, die über das Medikament verfügen und sehr viel mehr Routine dabei haben, Hunde einschlafen zu lassen? Warum sind Ärzte kompetenter als Zahnärzte oder Apotheker? Ja, da gibt es überhaupt keinen Grund dafür und trotzdem steht es überall. Ja, Montgomery hat das insofern ganz clever gesagt, nehmen wir doch gleich einen Handwerker. Aber nein, da gibt es also dann welche, die wollen dann die Ärzte als besonders kompetent ins Boot nehmen und was das nach sich zieht, das haben wir ja heute auch schon gehört. Will ich mich jetzt mal nicht weiter zu äußern. Ich kann nur ein Lied für die Palliativmedizin singen und gerne alle Fragen beantworten, die dieses Gebiet umfassen, um Ihnen vielleicht auch mehr Sicherheit in der Argumentation zu geben. Denn es ist ein breites Fach, es wird sträflich vernachlässigt, immer noch an den Universitäten. Es gibt 36 medizinische Hochschulen in Deutschland, es gibt 15, sagen wir mal, Palliativstationen darin und noch weniger Lehrstühle. Also das ist ein mühsames Unterfangen, auch in der Medizinerausbildung dafür zu sorgen. Die Palliativmedizin wird unterfinanziert und gleichgestellt in der Krankenhausfinanzierung mit anderen Krankheiten, ohne die Besonderheiten da in Stellung zu bringen. Also da gibt es noch viel zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.